Schmeckt ja so gut. Aber er stellt sich gut an. Jetzt ist es ein paar Lumpen hier. Da hat mal ein Fressen geklaut. Und wo ein Quacker ist, ist auch ein zweiter. Du Lumpf! Du musst einfach mal das Fressen klauen. Du Lumpf! Ich bin ganz sicher, aber du nicht. Böse Böse. Ja, Böse Böse. Böse Möse. Schweinebacke. Zack, unser Fressen geklaut. So ein paar Lumpensäcke.